Ja, hallo, ich bin Max Giermann. Wieso Max Giermann? Du bist doch Klaus Kinski. Nein, ich bin Max Giermann und ich spiele in diesem Film Jesus von Nazareth. Nein, das ist ein völliger Blödsinn. Ich spiele Jesus von Nazareth, ne? Also ich spiele Klaus Kinski als Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth kann ich nun auf eure Einsicht und euren gesunden Menschenverstand zählen. Nun, das kann ich ja eigentlich nur eins sagen. Leck mich doch am Arsch! Leck mich doch am Arsch!